Technik Power sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Inhalt eures iPhones oder Apple Phones auf den Bildschirm übertragen könnt. Nach dem Intro legen wir mal gleich los. Wir haben hier einen LG Fernseher, das ist das Modell 2021 und wie ihr den Inhalt eures iPhones oder iOS Gerätes hier auf den Fernseher übertragen könnt, das ist das heutige Thema. Dafür müsst ihr eigentlich nur die Home-Taste auf der Fernbedienung drücken und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr nur nach unten scrollen mit dem Rad hier und hier erscheint dann Apple Airplay. Das wählt ihr aus und gleichzeitig nehmt ihr euer Smartphone und zieht nach oben den Inhalt und klickt ihr auf Bildschirmsynchronisierung. Hier taucht dann euer Fernseher auf, das klickt ihr an, nun erscheint hier ein Code, das gebt ihr ein auf euer Smartphone und schon sind wir verbunden, wie ihr sehen könnt. Wir können jetzt unser Smartphone hier sehen und können hier auch den Inhalt spielen, wie ihr sehen könnt. Das Ganze funktioniert innerhalb von ein paar Minuten und ihr habt den ganzen Inhalt eures Smartphones hier auf dem Fernseher gebracht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technik Borsack, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.